Hallo, willkommen im Betrieb Appenziller. Mein Name ist Dieter Appenziller und ich möchte euch heute meinen Betrieb mal zeigen. Wir produzieren hier ein Sortiment von ca. 140 Sumpf- und Wasserpflanzen, wie z.B. Schachtelhalm, Sumpftotterblumen, Raukerblumen, Rohrkollben, Schilf und noch diverses andere Phänomen. Hier sind wir in unserem Seerosengewächshaus, wo wir aktuell pro dicke 20 Sorten Seerosen stehen haben. Wir kultivieren alle Seerosen überjährig in einem 3-Liter-Topf. Unsere normalen Wasserpflanzen produzieren wir vom 9er-Topf bis hin zu 3 Liter oder auf dem Hintergrund stehen sogar 25 Liter Töpfe.